Ey, wie viel hält der denn aus, Mann? Ja, das geht doch nicht. Was hat der für eine Waffe? Auch so eine M4 oder was? Ja, wahrscheinlich. Er schläft schon wieder ein gleich. Sieht nach einem Bosskampf aus. Genau zielen. So, Freunde. Okay, Lynch, du läufst rüber und ich geb dir Deckung. Hallo, ich hab den genau ins Bein geschossen. Meine Güte, ist das nun scheiß Kack. Ach, Jalla jetzt. Er schießt ihn. Lynch. Lynch ist der Beste hier. Ah, jetzt. Ja, wie soll ich die denn wegmachen? Mann, ist das ein Spiel, das man da ständig stirbt. Das ist doch blöd. Beziehungsweise so. Adrenalin leben muss. Genau zielen. So, ich hab genau gezielt. Alles halb so schlimm, Refik. Da sind nur ein paar BTRs, mehr nicht. Dann mach sie weg. Sind hier unten soweit. Haben eine Menge guter Männer. Sieht gut aus. Ja, ja, warte. Ich bin gleich soweit. Ist er tot? Ach, guck mal, ein Granatwerfer. Yeah. Wie viel fressen die denn? Der eine vorhin hat nicht so viel gefressen. Na komm, nimm hier nochmal. Dann nehmen wir nochmal hier den Granatwerfer, weil es so schön war. Ja, der Granatwerfer ist irgendwie unpräzise. Dann nehmen wir mal hier Rockets, Launcher. Ja, ist das geschafft. Wir haben's geschafft. Refik, wir haben sie. Seid ihr bereit? Klar. Und weh. Das freut mich. Dann hol ich mir mal eine Waffe wieder. Scheiße. Wow, was du alle warst. Bleibt, wo ihr seid, Refik. Ah, jetzt müssen wir den auch noch vernichten, oder was? Ganz ruhig, Lynch. Und genau zielen. Ja, genau zielen, Bruder. Werden wir schon. Wenn wir jetzt nicht noch von den anderen Idioten hier genervt werden. Ja, wir haben aber irgendwie keine... Ah, doch, hier. Boah, gerade so getroffen. Holy moly. Nimm hier nochmal. Alles klar. Refik, alle Mann raus. Los. Zepper, Shelly, los. Kane, gib uns Deckung. Nee, wieso soll ich dir Deckung geben? Alter, was zum... Hä, von wo kam das? Ach. Das ist unsere Chance. Lass uns reingehen. Ja, dann seien wir uns mal ab hier, ne? Ach du Scheiße, seht euch das mal an. Gören die zu uns, oder was? Hä? Scheiße. Das hat keiner überlegt. Ich bin getroffen. Oh, Dieter, no. So. Oh, jetzt müssen wir die ganzen Leute hier mal vernichten. Ah, das geht eigentlich noch. Bin eigentlich noch ganz gut in Form. Freiheit oder Kindergarten. Ich hab keine Munition mehr. Dann lad nach. Äh, ich meine, hol dir Munition. Dankeschön. Dann lad nach. Ich hab keine Munition mehr, lad nach. Oh Gott. Boah, dieser Idiot da oben. Der wird mich gleich schon mehr verrecken lassen, oder was? Komm her hier, Bruder. Ich hab dich doch gesehen vorhin. Dann kommen die nächsten dran. Na, komm. Du willst nicht dann... Erst mal den hier, der ist ein bisschen leichter zu kriegen. Jetzt bist du dran, Bruder. Ich geh da jetzt rein. Nimm mal eine andere Waffe. So. Jetzt. Los, rein da. Los, los. Hoch, hoch. Oh. Runter, runter. Oh, shit. Sag nicht, wir sind jetzt schon mehr tot. Dann bringe ich euch alle um. Na, egal. So, du bist tot. Fertig. Slendoy. Slender kommt. Alter, diese ständige... Scheiße, ich bin getroffen. Dieses ständige Gelaber, ne? Die, die da... Ich weiß nicht, die Feinde und unsere Verbindeten labern ständig in dieses Mikrofon rein. Das geht mir so auf den Sack, ne? Alter, das müssten sie mal irgendwie entfernen. Das ist nicht toll. Das ist einfach zu viel auf einmal. Das ist nicht toll. Ich will nicht wissen, wer da gerade getroffen wurde. Ich will mich eigentlich nur um meine Pläne hier kümmern, beziehungsweise um die Pläne von Cain. So. Wo ist der andere Idiot? Ah. Komm. Lade nach! Oder auch nicht. Doch, lade nach. Was ist das da? Gönnen die zu uns, ja, ne? Gut. Lynch und ich gehen hier lang. Der Rest von euch muss die anderen Eingänge sichern. Lasst niemanden raus. Alle müssen sterben. Es dürfen keine Zeugen überleben. So schnell hatten wir dich nicht erwartet. Alterchen. Alterchen? Die Stimme kenne ich doch. Das ist der Kerl, der mir die Nase gebrochen hat. Hä? Welcher Kerl hat dir die Nase gebrochen? Das sind sie. Oh. Alter, diese Präzision, ne? Das geht gar nicht. Am besten immer so kurze Schüsse abgeben. Wann geht das eigentlich? Aber man wird ja auch ganz schön schnell getroffen. Wenn man nicht aufpasst. Ist auch nicht so toll. Deine Mutter. Wir werden dich schon vernichten, mein Freund. Pass mal auf, Alter. Ja, wir sind schon ziemlich nah an deinem Nacken. Wir werden dir den Dolch in den Bauch rammen. Doch. Ich bin schon mit so vielem durchgekommen, mein Freund. Damals in Amnesia mit Agrippa. Oder damals in der Metro mit Miller. Schütze, schütze, schütze. Verdammtes Arschloch. Hat mir die Nase gebrochen. Kein freies Schussfeld. Kein Problem. Ach so, jetzt haben wir schon einen der Idioten gekillt. Coole Sache. Kein freies Schussfeld. Oh, er hat sich selbst getötet. Yay. Hehehe. Es de loco, lebueta. Wer will noch sterben? Hm, ich bekomme Hunger. Ich muss irgendwann mal was essen. Ah. Kein freies Schussfeld. Hallo. Ich versuch's. Hat er sich erstmal selber umgebracht, Idiot. So. Habe ich ihn auch nochmal umgebracht. Und den auch. Ah, shit. Wo zum Teufel sind Carlos und die Brüder? Scheiß auf das Seven. Wo ist das Verstehen? Verdammt nochmal. Sie müssten alle hier sein. Ich hab dich was gefragt. Kein freies Schussfeld. Carlos. Ich bin gleich da. Die Liebe da haben alles. Sie wussten, wir verlieren. Und sind weg. Was soll das heißen? Hier ist nichts. Halt die Klappe. Bring ihn hier runter. Los. Kein freies Schussfeld. Guter Mardi. Carlos, ich frag dich das nur einmal. Sag mir, wo die Brüder sind. Ich muss sie finden. Kein freies Schussfeld. Sie sind abgehauen. Ich kann dich inbringen. Diese verdammten Verräter. Sie haben uns einfach sitzen lassen. Bring ihn um. Wie schnell kannst du mich zu ihnen bringen? Kein freies Schussfeld. Das ist Blödsinn. Du kannst ihm nicht trauen. Scheiße. Was soll ich denn machen? Ich hab keine Wahl. Hör mal, Kane. Ich kann dir nicht mehr vertrauen. Ich bin raus aus der Sache. Das ist doch alles Sinn. Kein freies Schussfeld. Halt doch mal die Fresse, Mann. Wieso vertraust du ihm? Er war immer mein Freund. Ja, klar. Du kennst die Regeln, Kane. Schon vergessen? Oder hast du zu viele Schläge auf die Birna abgekriegt? Hör zu. Er weiß, wo die Brüder sind. Ende der Diskussion. Du verlierst langsam die Übersicht, alter Mann. Wie Pfeffer. Pfeffer ist mir scheißegal. Vermutlich sind wir ohne das gierige Arschloch besser dran. Ja. Wahrscheinlich. Scheiße. Ich hasse diese Lauferei. Carlos sagt, das ist der beste Weg rein. Was? Gibt uns das Schwein jetzt schon Befehle? Ja. Hast du ein Problem damit? Ach ja. Diese Streiterei zwischen denen. So, Freunde. Das war's erstmal mit diesem Part. Wir sehen uns dann, äh, naja, in dem nächsten Part wieder, ne? Und dann werden wir das Seven wahrscheinlich wirklich umbringen. Tschüss. Hey, wenn dir dieser Part von Kane & Lynch gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und vielleicht auch über ein Abo. Und wenn du Bock auf mehr hast, dann klicke rechts für die letzte Folge von Kane & Lynch oder klicke links für Dead Space. Haut rein, Leute. Tschüss. 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 Vielen Dank.